Schatz, als du meine Hand gehalten hast, weißt du noch, was du zu mir gesagt hast? Ich werde dich immer beschützen. Wer sind sie? Die Frau, die mit dir die letzten 14 Jahre gelebt hat? Sag mir, bist du es wirklich? Wer soll's denn sonst sein? Geh nicht nach Hause. Warum? Er will dich töten. Benzo! Sag mir, wo bist du? Warum sie, hm? Behe, du rührst sie an. Wir können das Schicksal ändern.